Wer klatscht heute? Keiner? Geht schon? Wir haben heute eine ganz besondere Premiere von dem Spargel, bei dem Sie sicher von euch schon viel gefragt haben, was ist aus dem ganzen Spargel geworden? Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber ich glaube, ich gehe jetzt am besten zuerst einmal rein. Unsere treuen Unterschwende Zuseher und Zuseherinnen haben sich vielleicht schon gefragt, was ist eigentlich mit dem ganzen Spargel passiert, den wir gerettet haben. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen sind wir ins Marktfeld gefahren, weil einfach bei dem schönen Wetter, da wie es da schön war, ist so viel Spargel gewachsen, dass einfach der Markt das gar nicht mehr aufnehmen konnte und die ganzen Wiener Restaurants haben eure Quarten nicht umgestellt. Deswegen haben wir uns die Bäuerin angerufen, wir sind von Abholen gefahren und haben ihnen eine gute Vinaigrette eingelegt. Und heute haben wir eine denkwürdige Premiere, die dürfen heute unseren ersten Gastrobetrieb beliefern, aber es ist nicht irgendein Gastrobetrieb, sondern es ist Online-Burger. Und das ist einfach von meinem Bruder Andreas und mir die allerliebste Burgerbude in ganz Wien. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Und ob wir jetzt herausfinden, was aus unserem köstlichen Spargel wird, schauen wir jetzt am besten einfach mal ein. Hallo! Ja! Bitteschön, endlich sind wir mit dem Spargel. Ja, juhu! Unser Spargel ist endlich gekommen. Also für dich bereiten wir jetzt einmal den Fleischburger mit Cheddar, Bacon, Spargel und Chiliflocken und Dijon-Sempf zu. Und gleichzeitig machen wir einen super lecker Veggie-Burger mit Cheddar, Grilled Onion, Spargel, ebenso Chiliflocken und ein bisschen Dijon-Sempf. Vielen Dank! Und an euch liebe Freunde, ihr könnt ab heute für einen Monat bei uns besitzen durch Spargel als Topping in eurem Veggie oder auch Fleischbörgeln bei uns genießen. Lasst es euch schmecken, vorbeikommen lohnt sich! Das hat wirklich ausstanden. Das ist so gut. Das hat immer die Essigsäure. Das schaut glücklich aus und ich bin selber überwältigt, wie geil das und Pfarr geworden ist.